hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten part von dark project ja überraschung wir sind nicht reich und wir konnten uns nicht zur ruhe setzen sondern ganz im gegenteil wir wurden ziemlich übers ohr gehauen und sind jetzt hier unten wieder in konstantins haus mit relativ wenig leben weil wir gerade ziemlich schwer verletzt wurden und ja müssen jetzt erstmal zu sehen dass wir irgendwie raus kommen denn sonst sind wir so oder so des todes konstantin hat sich herausgestellt als der schwindler der gott der heiden von mir auch ganz gerne waldfürst genannt weil das irgendwie im deutschen dann doch ganz gut passt also wie ihr seht ich habe nichts ich habe lediglich mein schwert ansonsten gehe ich ja alles durch habe nichts gerade den gasfall den ich eingesammelt habe und dann items habe ich auch den kompass und mehr nicht ich habe wirklich alles abgenommen bekommen bzw mehr oder weniger verloren warum konstantin jetzt ausgerechnet das schwert gelassen hat fragt mich nicht ist jetzt so meiner meinung nach nicht das sinnvollste gewesen aber gut theoretisch könnten wir jetzt einfach versuchen hier rauszukommen kommen wir aber nicht denn wir haben ja auch unsere dietrich hier nicht mehr gut ich weiß jetzt gerade das hier hinten zumindest zwei seil pfeile bisschen gold bzw meine brieftasche oder ist das meine ich habe keine ahnung meine mein geldbeutel auf jeden fall hier dann rum lag so und jetzt ist hier leider der einzige weg sorry ich mache gerade irgendwie ein bisschen krach maus ist auch so ein bisschen im weg so ist hier wohl der einzige ort den wir entlang gehen können und ich muss zugeben das hier ist mit abstand das meine meinung nach schwierigste level in dem ganzen spiel ihr werdet gleich noch sehen warum ist noch ein moos fall irgendwie höre ich gerade seltsame dinge naja war anscheinend so das ist eine frucht diese früchte finde ich jetzt relativ oft denn das ist die die einzige möglichkeit wie ich leben zurückbekommen kann ihr seht ja mein leben ist etwas etwas sehr wenig im moment und diese früchte sind das einzige was mir ein bisschen leben zurück gibt gerade alles was wir hier finden ist wirklich absolut gold wert denn und wie ihr gesehen habt wir haben im moment nichts und hier sind wirklich ziemlich knackige gegner sage ich mal ziemlich heftige die hier überall patrouille laufen wir sind quasi jetzt im keller von konstantins anwesen beziehungsweise des waldfürsten anwesen und er hat hier unten so seine gefolgen gefolgsleute seine viecher die er hier züchtet und den müssen wir irgendwie entkommen die sind aber wirklich echt nicht ohne gerade die hier die komischen ratten affen menschen dinger die hier rumlaufen und da kommt jetzt noch genau dieses insektenviech das ist auch ziemlich hart das spuckt mit irgendwelchen insekten schwärmen auf uns ein ich versuche jetzt mal ganz fix hier in dieses versteck reinzukriechen so jetzt dürfen wir mich eigentlich nicht mehr sehen meinen knüppel habe ich auch hier da kommt schon wieder einer also das war wirklich mit abstand das schwierigste level was ich was ich wie ich fand so als ich das erste mal durchgespielt habe ich bin hier so unfassbar oft gestorben habe mich so oft geärgert und habe hier tatsächlich auch dann eine zeitlang pausiert ich wusste ehrlich gesagt gar nicht dass das ja mitunter eines der letzten level ist nach der dicke dahinten kommt schon wieder okay ich versuche die jetzt einfach um zu hauen man kann diese viecher tatsächlich mit dem mit dem knüppel umhauen und dann wie bei jedem anderen soldaten auch quasi irgendwo in eine dunkle ecke schieben dann passiert da nicht viel aber das muss man ja auch erst schwierig hier rauszukommen das ist auch eine ziemlich verwinkelte kacke hier man findet zwar halt da tatsächlich überall solche früchte ja sehr gut es lauft ruhig alle hier einer nach dem anderen nein 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 lauf schön deinen normalen patrouillen weg hier weiter nicht hängen bleiben mein freund nicht hängen bleiben dankeschön ja du brauchst ja auch keine tänzer aufführen lauf weiter ne war doch gut okay komm schon nimm ihn mit nimm ihn kann ich ihn nicht mitnehmen nein ich kann ihn offensichtlich nicht mitnehmen ja jetzt sehen die halt den ach scheiße naja gut jetzt muss ich halt kurz warten bis die da aber ich konnte den irgendwie nicht mitnehmen vielleicht bin ich auch einfach noch zu schwach ja das war also ein ziemlich großer twist in der story ich muss zugeben es hat mich echt geschockt als ich das das erste mal gespielt habe und hier dann festgestellt habe dass man hier einfach sein auge einbüßt weil der einen da übers ohr barbiert mit seiner der hat sich aber relativ schnell erholt hier und rennt jetzt die ganze zeit im kreis toll also die können sprechen die viecher sie sprechen allerdings dadurch dass sie englisch sprechen und ziemlich unverständlich sprechen kann ich meistens nicht wirklich verstehen was die was die sagen ach jetzt rennen die hier beide die ganze zeit im kreis euer ernst ach jetzt könnte ich so eine gasbombe oder sowas gebrauchen naja okay der eine läuft weiter der andere nicht aber den kann ich doch so nicht umhauen der sieht mich doch ich wünschte mir jetzt es gäbe so wie bei assassin's creed so eine anzeige oben wo man sieht ob die mich immer noch suchen oder nicht weil eigentlich würde ich jetzt vermuten der eine der hier ständig im kreis rennt der sucht mich noch und der andere schon nicht mehr kann ich den feile habe ich eine feile normale breitkopf feile ne einen wasser feil habe ich und moos feile bringen aber die bringen aber nicht viel und mit seilfeilen werde ich die viecher nicht töten können scheiße warum hast du dich denn jetzt hier festgebackt du bist doch kacke jetzt muss ich wieder kurz überlegen was ist schnell speichern was ist schnell laden ich glaube f9 ist gar nichts super ah ok also f11 ist wohl ah jetzt laufen sie wieder sehr gut ok das heißt sobald die hier nochmal vorbeikommen kann ich dann auch wieder also es ist eigentlich müsste ich die gar nicht unzwingend ausschalten ich könnte halt einfach weiter laufen aber da oben sind auf jeden fall noch sehr wichtige items die ich hier finden bzw gerne mitnehmen würde und wie gerade schon erwähnt ist hier wirklich jedes einzelne item äh im wahrsten sinne des wortes gold wert deswegen möchte ich hier wirklich nichts liegen lassen nicht hängen bleiben durch die seltsame art wie die laufen bleiben die als ständig an irgendwelchen ecken hängen das ist mega schwierig nein 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 scheiße der hat mich gesehen kann ich mich mit dir anlegen jetzt sucht er wieder jetzt sieht er mich wieder nicht mehr ach sorry dass ich jetzt hier den ganzen party in dieser ecke hänge aber das ist wirklich ansonsten gar nicht wirklich schaffbar jetzt sucht er mich wieder ach man oh ok ich hätte noch warten sollen bis der endgültig vorbeigelaufen ist aber die verlieren sehr schnell wieder das interesse das ist sehr gut ich hätte vielleicht mit dem einen wasserfall die fackel da oben ausmachen sollen aber ich muss mir halt auch meine items hier sehr gut einteilen weil ich nicht viele habe das ist wirklich hier muss man auch ich meine bei den anderen hallo facebook bei den anderen level musste man halt auch schon ordentlich nachdenken aber hier ist es halt einfach so wenn du einen kleinen fehler machst kann dir das das gesamte level verhauen so und dann hast du einfach mega schwierigkeiten da wieder noch richtig reinzukommen ok jetzt versuche ich das ganze nochmal wenn der hier wieder zurückkommt kann ich nicht weil der andere da gerade in meine richtung unterwegs ist muss ich also warten bis der hier dann um die ecke ist und wieder in die richtung läuft ich wollte ihn halt so früh wie möglich hier umhauen nein oh mein gott nein 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 lass mich lass mich lass mich das schöne ist halt dass die hier nicht reinkommen aber oh gott wie soll ich die denn ausschalten das ist doch unmöglich boah ich würde das am liebsten einfach schneiden weil ich jetzt schon wieder zehn minuten einfach hier in dieser komischen ecke hänge und nichts machen kann ach es ist so schwierig es ist so schwierig beim letzten mal habe ich das einfach so versucht dass ich die quasi umgangen habe also ich habe da einfach ein seilfeil hochgeballert bin dann da hoch gestiegen und das war es eigentlich auch schon habe dann versucht denen hier so ein bisschen auszuweichen und habe mich gar nicht wirklich darum gekümmert die hier auszuschalten aber ich finde dieses mal wäre es auf jeden fall einfacher wenn ich die aus dem weg hätte je mehr von denen ich außer gefecht setzen kann desto besser ich versuche jetzt gleich einfach mal diese fackel zu löschen dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr freiheit hier und kann mich noch ein bisschen besser bewegen das war nicht euer ernst mein einziger wasserfall ja okay noch ein neues ist gar nicht so einfach wie ich dachte du ist das der ja da hatte ich ja gerade wo gehe ich das mal ja jetzt okay sehr gut so jetzt ist es natürlich wieder ordentlich dunkel ich weiß nicht irgendwie sehe ich immer wieder nichts die grafik ist wieder etwas wartet mal ganz kurz ich gucke mal eben bei options ne gamma ist immer noch ganz oben naja das heißt ich muss mich so ein bisschen an dieser diesen geops was zum hanker wie kannst du mich sehen ich bin komplett im dunkeln du idiot ich sehe nichts ich hasse das ok die haben halt auch so einen blöden beschissen in patrouillern weg hier das kann man doch nicht Oh ja, jetzt hängen sie wieder beide hier fest. Ne, ist klar. Wisst ihr was? Ich cutte das einfach, bis ich einen von den beiden oder im besten Fall beide K.O. geschlagen habe, weil das hier... Ich will es keinem antun, dass man sich hier 20 Minuten anguckt, wie ich in der Ecke hocke. Ich habe eine andere Idee. Ich habe hier einen Gaspfeil. Den nutze ich jetzt, glaube ich, für die beiden hier. In der Hoffnung, dass ich sie beide treffe. Da ist nur einer. Wo ist der andere? Shit. Naja. Ich versuche es zumindest. Ich glaube, auf eine andere Art und Weise werde ich die beiden hier vorne nicht los. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so ganz viel, die mich hier überhaupt sehen können. Ich will die halt möglichst beide auf einmal erwischen. Das wäre natürlich am sinnvollsten. Aber irgendwie ist das gerade echt schwierig. Zumal ich auch einfach überhaupt nichts sehe. Das ist ein ziemlich großer Nachteil in diesem Spiel. Ich kann jetzt halt auch nicht so weit rausgehen, weil die mich dann einfach sofort töten. Könnte ich es jetzt versuchen? Ja, richtig gut. Riecht gut so. Ach ja. Vorhin, als die hier beide das ständig im Kreis gerannt sind, da hätte ich das versuchen können. Aber jetzt ist es irgendwie schwierig. Ich habe gerade das Level einfach nochmal neu gestartet und habe dadurch gesehen, dadurch, dass es so dunkel war, habe ich es nämlich vorhin nicht gesehen, dass hier noch eine Blitzbombe war. So, das heißt, ich habe hier jetzt meine Sachen, ein bisschen Geld, das mir jetzt zwar nichts bringt, aber das ja durchaus schon ein bisschen was wert ist. Und ich versuche das Ganze jetzt nochmal, weil ich glaube, es war ein Fehler, dass ich diese Lampe ausgemacht habe, diese Fackel. Das hätte ich nicht tun sollen. Irgendwas macht hier ganz seltsame Geräusche. Das gefällt mir nicht. So. Die Frucht genehmige ich mir mal direkt. So. Verstecke ich mich wieder hier in der Ecke. Ich glaube, das Insektenvieh muss ich einfach wieder von, also am besten wieder direkt ausschalten. Und dann die anderen beiden mit dem Gaspfeil versuchen zu killen. Vielleicht würde ich es ja sogar schaffen, wenn ich richtig gut bin. Alle drei mit einem Gaspfeil. Aber ich glaube, das wäre, wäre glaube ich zu viel. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Ach, ich habe dieses Let's Play ziemlich lange vernachlässigt, muss ich zugeben. Auch einfach, weil ich aber etwas zu geflasht war von anderen Dingen, von anderen Games vor allem. Inklusive halt auch Brothers, dass ich ja jetzt einfach in einer Session durchge-let's-playt habe. Ich meine, das war ja auch nicht sehr lang. Das war ein relativ kurzes Projekt. aber das hat mich einfach so gepackt. Ach, jetzt rennt er da unten wieder im Kreis, ey. Diese Ecke da ist echt verflucht. Weißt du, bis ich da jetzt wieder runterkomme, ist dieses Insektenvieh wieder da und dann ist der zweite Rattenmensch da wieder da. Irgendwie, ich hasse diese Stelle. Vielleicht mache ich es doch gleich einfach wieder so, wie ich es vorher gemacht hatte. Yeah! Jetzt muss ich gleich nur noch dieses Insektenvieh da plätten. Ich glaube, es hat sie entdeckt. Ich mache mal eben kurz einen Schnellspeicherpunkt hier. ich damit doch relativ zufrieden bin jetzt gerade. Nee, noch hat es nichts entdeckt, glaube ich. Ups. Oh oh. Gut, dass die Viecher so langsam sind. So, jetzt verstecke ich mich nämlich hier und warte, bis es mich vergessen hat und seine alte Route wieder aufgenommen hat. Das kann natürlich ein bisschen dauern, aber was soll's, ich schneide das ja sowieso am Ende alles ein bisschen zusammen. Ich riskiere mal einen vorsichtigen Blick. Der watschelt da immer noch im Kreis rum. Die Dinger, die stöhnen einfach immer irgendwie so seltsamer. Machen immer wieder so seltsame Geräusche hier. Der scheint nicht so schnell aufzugeben. Diese Rattenviecher, die lassen relativ schnell wieder von einem ab. Irgendwie so gucken sich zweimal um und dann war's das. Aber der hier, der scheint länger zu suchen. Ich weiß halt auch nicht, ob ich den jetzt töten kann, wenn... beziehungsweise ausschalten kann, wenn der offiziell noch auf der Suche noch mehr ist. Jetzt geht er wieder da hoch, dein Ernst? Doch nicht, okay. Machen halt auch einfach mega seltsame Geräusche. Jetzt fängt er wieder gern zu tanzen hier. Ach man, warum bemerkt er mich denn immer sofort? Ach mensch, ist dort schwierig. mein Gott. Das war jetzt aber ein Akt. Heilige Scheiße. Ach, die Viecher sehen ziemlich hässlich aus. Irgendwie so Schweinsnasen. Sollen aber wohl Ratten darstellen. Das sieht man so wahrscheinlich ein bisschen an den Schwänzen. Puh, also ich hab jetzt einfach mal eine halbe Stunde Videomaterial für diese drei kleinen Kackviecher hier. Mein Gott. Kein Bock mehr. Jetzt schon nicht mehr. So, aber jetzt kann ich mir endlich die Items da oben holen. Also ich hab das jetzt alles ein bisschen zusammen, huch, zusammengeschnipselt, weil ich wirklich sonst viel zu viel Material gehabt hätte. Beziehungsweise ich einfach wirklich eine halbe Stunde rumgehangen hätte für nichts. So, ne? Ich speichere noch einmal eben, dann packe ich da mal einen Seilfeil, nein, Seilfeil, bitte. Dankeschön. Hoch und gucke mal, dass ich da an die Items noch dran komme. Ups. Festhalten, Garrett. Garrett. Dankeschön. So, hier oben haben wir nämlich einen Gaspfeil und hier unten toll. Richtig gut. Ich mach das anders, glaube ich. Ich gucke mal den Pfeil. Ups. Ich hau einfach hier einen hin. Zack. So, dann komme ich nämlich auch besser an das Fenster ran. Zack. Uh. So, dieses Geräusch heißt, glaube ich, dass ich einen Secret-Dingsbums gefunden habe. So, hier sind wundervolle Gasminen, ein Heiltrank, eine normale Mine, noch ein paar Geräuschpfeile, ein normaler Pfeil und noch eine Blitzbombe. Das sind auf jeden Fall wundervolle Items und die wollte ich hier nicht lassen beziehungsweise ich wollte nicht gehen, ohne diese Items mitgenommen zu haben, denn die sind hier wirklich... Oh Gott. Ja, das war richtig schlau. Überlebenswichtig, wollte ich sagen. Yay. So, also nochmal das Ganze, weil es so schön war. Ich mach das aber, glaube ich, diesmal direkt hier so in der Ecke. Plupp. Vielleicht komm ich ja dann trotzdem an den Gaspfeil ran. Ja, tue ich. So, jetzt hier. Sachen einsammeln. So. Blitzbombe, Mine und hier ist noch ein bisschen Yalt. Auch wenn mir das nicht so wahnsinnig viel bringen wird. So, jetzt bitte erstmal die Items wegpacken. Danke. Und jetzt hier. Ups. Perfekt. Puh. Okay, ich habe die Items, ich habe die Gegner ausgeschaltet und jetzt würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle, denn das war genug Nervenkitzel für einen Part, meiner Meinung nach. Und weiter geht's dann im nächsten. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es denn dann jetzt weitergehen wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao!